Dietmar Jakobs ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Jakobs spielte als Mittelfeld- und Abwehrspieler, meist in der Rolle des klassischen Vorstoppers. In 537 Spielen von 1971 bis 1990 für Rot-Weiß-Oberhausen, Tennis-Borussia Berlin, MSV Duisburg und den Hamburger SV. Sein Debüt in der 1. Bundesliga gab Jakobs am 30. Spieltag der Saison 1971, 72. beim 5-zu-2-Heimsieg gegen Hertha BSC. Rot-Weiß-Oberhausen-Trainer Günter Brocker ließ dabei seinen Mittelfeldspieler von Anfang an auflaufen. Wobei der damals 1-8-J-Jährige seine Chance nutzte, eine Torvorlage gab und eine gute Kritik erhielt. An den Folgespieltagen verhalf er seinem Team zum knappen Klassenerhalt, indem man weitere Punkte holte. Im Folgejahr entwickelte sich Jakobs zu einer festen Größe bei den Kleeblättern. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass er wehobstieg. Jakobs blieb ein weiteres Jahr in Oberhausen, ehe er zum 9. September 1974 zu Tennis-Borussia Berlin wechselte, stieg mit diesen jedoch nach Ablauf der Spielzeit 1974, 75. in die 2. Liga ab, wo man den sofortigen Wiederaufstieg ins deutsche Fußballoberhaus schaffte. Doch auch 1976, 77. verpasste Thebe den Klassenerhalt. Jakobs wechselte darauf zum MSV Duisburg, wo er endgültig zum Abwehrspieler umfunktioniert wurde. Nach zwei Jahren sicherte sich der Hamburger SV die Dienste des Defensiv-Houraunders. Mit den Hanseaten kam seine erfolgreichste Zeit als Profi. 1982 und 1983 wurde man deutscher Meister und vier Jahre später sicherte sich der Klub den DFB-Pokal 1987. Den jedoch größten Erfolg konnte die Mannschaft 1983 verbuchen. Mit Spielern wie Uli Stein, Manfred Kaltz, Felix Magath, Jimmy Hartwig, Horst Rubisch und Jürgen Milewski im Kader schaffte die Mannschaft beeindruckende Ergebnisse im Wettbewerb um den Europapokal der Landesmeister. Über Erfolge gegen BFC Dynamo Olympia Kospireus Dynamo Kiev und Real Sociedad erreichte das Team von Trainer Ernst Happel das Finale um den bedeutendsten europäischen Wettbewerb. Jakobs lief in jeder Begegnung des HSV auf und wurde auch im Endspiel am 25. Mai 1983 gegen Juventus Turin in der Startelf aufgeboten. Der HSV gewann 1 zu 0 und konnte die begehrte Trophäe in den Händen halten. Nach diesem Erfolg spielte Jakobs mit den Hamburgern im Niemandsland der Tabelle. Jakobs Karriere endete abrupt am 20. September 1989 im Bundesliga-Heimspiel des HSV gegen Werder Bremen. Bei der spektakulären Abwehr eines Torschusses rutschte Jakobs ins Tor und verfing sich an einem defekten Karabinerhaken der Toraufhängung. Erst nach 20 Minuten konnte er aus dieser Lage befreit werden, indem der Hamburger Mannschaftsarzt mit einem Skalpell den Karabinerhaken aus seinem Rücken herausschnitt. Dabei wurden Nervenbahnen in der Nähe der Wirbelsäule durchtrennt. Jakobs konnte danach aufgrund der dabei erlittenen Rückenverletzung seinen Beruf als Fußballer nicht mehr ausüben und leidet bis heute an den Verletzungen Mit der Nationalmannschaft nahm Jakobs an der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko teil und wurde Wiese-Weltmeister. Insgesamt bestritt er zwischen 1980 und 1986 20 Länderspiele für den DFB. Sein Debüt gab der Defensivspieler am 13. Mai 1980, als er beim 3 zu 1 Heimerfolg gegen Polen in der 73. Minute vom damaligen Bundestrainer Jupp der Wall für Hans-Peter Briegel eingewechselt wurde. Auf seinen nächsten Einsatz im DFB-Dress musste Jakobs dann vier Jahre warten. Nachdem die deutsche Mannschaft enttäuschend bei der Europameisterschaft 1984 Abschnitt ließ ihn Neutrainer Franz Beckenbauer am 12. September 1984 in der Begegnung mit Argentinien in der Startformation auflaufen. Im selben Spiel gelang dem Abwehrspieler sein einziges Tor für die Deutschland-Auswahl. Fortan wurde er regelmäßig berufen und in den Kader für die WM 1986 berufen. Dort kam Jakobs in sechs von sieben möglichen Partien zum Einsatz. Die 2 zu 3 Final-Niederlage gegen Argentinien war schließlich seine letzte Begegnung für Deutschland. Privatleben Jakobs arbeitet heute als Versicherungsmakler in Norderstedt bei Hamburg. Sein Bruder Michael Jakobs war ebenfalls Profifußballer. Erfolge Deutscher Meister 1982 und 1983 Vizenmeister 1980, 1981, 1984 und 1987 DFB-Pokalsieger 1987 3 zu 1 gegen die Kickers Stuttgart Europa-Pokalsieger der Landesmeister 1983 1 zu 0 gegen Juventus Turin EC-Finale der Landesmeister 1980 0 zu 1 gegen Nottingham Forest UC-Finale 1982 0 zu 3 und 0 zu 1 gegen den IFK Göteborg UC-Halbfinale 1979 2 zu 2 und 1 zu 4 gegen Boer Mönchengladbach Teilnahme am Weltpokal und Europäischen Supercup 1983 Vize-Weltmeister 1986 2 zu 3 gegen Argentinien Zitate Früher konnten wir freitags einen saufen und gewannen trotzdem. Siehe auch Deutschland bei der WM 1986 in Mexiko Schönen Vielen Dank.